Hast du vielleicht ein Problem, Mann? Du wolltest mir einen Punkt da sprechen. Und nach dem Hey musst du gleich einsetzen. Hey, hast du vielleicht ein Problem, Mann? Hast du vielleicht ein Problem, Mann? Hast du? Suchst du etwas Streit? Ja, das kannst du wieder absetzen. Hast du, hast du. Da machst du, hast du, hast du. Da machst du eine Pause. Suchst du etwas Streit? Suchst du etwas Streit? Ja? Ja? Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ja, das könnte ich so komisch sein. Uh, jetzt habe ich aber Angst. Oh. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ja, jetzt habe ich aber Angst. Was hast du? Jetzt habe ich aber Angst. Jetzt habe ich aber Angst. Jetzt habe ich aber Angst. Ja, was hast du? Angst. Siehst du, da hast du die richtige Betonung.